einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen bei den ostseeapartments frügel heute befinden wir uns in dem liebevoll eingerichteten penthouse hühnergott in der villa paula die villa paula befindet sich am ende der wilhelmstraße geprägt von willen in dem stil der bäder architektur in unmittelbarer nähe befindet sich die seebrücke selin mit direkten strandzugang wir befinden uns jetzt in dem flurbereich kommen dann direkt in den integrierten küchenbereich der jeden hobbykoch das herz höher schlagen lässt für ihren aufenthalt befindet sich hier alles was sie brauchen wir haben hier einen geschirrspüler toaster herd seran kochfeld mikrowelle kühlschrank mit integrierten gefrierfach kaffeemaschine alles ist vorhanden von dort aus geht es in den gemütlichen wohnbereich mit sitzecke von ihr aus können sie direkt auf den kamin schauen der nicht nur in der kalten jahreszeit für gemütliche stunden zu zweit einlädt sondern auch einfach mal so zwischendurch für das entertainment sorgt hier ein großer flachbildschirm große soundanlage dvd player cd player mit integrierten radio und natürlich darf auch hier das internet nicht fehlen es verfügt über blan die daten bekommen sie dann direkt bei anreise vor ort in unserem seliner büro vom wohnzimmer geht es dann in das gemütliche schlafzimmer mit einem bequemen doppelbett und wenn sie möchten dass ihre betten auch so schön bezogen sind einfach bei der online buchung oder direkt telefonisch mit buchen auch hier darf natürlich der flachbildschirm nicht fehlen und direkt vom schlafzimmer gehen wir in das geräumige bad mit ebenerdiger regendusche ja schon mal so ein kleiner wellnessbereich das apartment befindet sich im vierten obergeschoss ist für maximal zwei personen buchbar und auch ihr vierbeiniger freund ist gegen eine kleine gebühr herzlich willkommen jetzt möchte ich ihn gerne einmal das highlight der wohnung zeigen diese dachterrasse diese dachterrasse ist circa 30 quadratmeter groß und von jedem dieser räume begehbar wenn sie dort rüber luschen sehen sie auch die ostsee und da klärchen weiß dass wir heute ein video machen ist sie natürlich auch dabei von hier aus können sie ein bisschen relaxen und die ruhe genießen wenn die saison dann natürlich gestartet ist können sie natürlich die möbel benutzen die relax liege die sitzmöbel und können hier ihre auszeit genießen und sich einfach nur entspannen ihr pkw stellplatz befindet sich in einer hauseigenen tiefgarage von dort aus können sie dann direkt mit dem lift ihr apartment erreichen ich hoffe es hat ihnen gefallen ich wünsche ihnen ein zauberhaftes wochenende bleiben sie gesund ich hoffe wir sehen uns bald persönlich auf wiedersehen